Juhu, wir sind wieder zurück bei die Sims 3. Der ein oder andere hat ja die letzte Folge gesehen, die erste Folge nach langer Zeit mal wieder. Huch! Oh, äh, Moment. Ich wollte gerade erzählen, da haben wir ein paar Erweiterungsspecs und so weiter und so fort installiert. Und jetzt kommt hier sowas. Probiere dein Smartphone aus. Das Telefon wurde aufgerüstet. Du kannst nun Textnachrichten schicken, soziale Netzwerk-Apps nutzen, die Smartphone-Schutzfolie austauschen. Bäh, was soll das denn bringen? Äh, und hast sogar eine verbesserte Kamera. Denke daran, das Telefon zu nutzen, um die neuen sozialen Gruppen zu überprüfen. Soziale Gruppen, okay. Das kommt bestimmt vom Erweiterungsspec Universitätsleben. Habe ich ja schon erzählt gehabt, ähm, als wir eigentlich sie noch als Fotografin vorgesehen hatten, dass, äh, wenn wir jetzt das Universitätsleben installiert hätten, dann könnten wir auch mit unserer Handy-Kamera Fotos machen und diese verkaufen. Ähm, und sogar kostenlos. Also die Kamera ist kostenlos und die Fotos auch. Mit der Kamera, die man sich kaufen hätte müssen, wäre es dann nicht kostenlos gewesen. So war's. Genau. Das, äh, kommt wahrscheinlich von dem. Machen wir mal auf Weiter. Oh, äh, 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 ähm, ja. Portal untersuchen. Ähm, also. Entschuldigt meine Verwunderung, aber ich komme hier gerade ganz neu in das Spiel rein und dann einmal das mit, äh, Handy und jetzt hier... Und dann steht hier so ein Ding. Ja. Sorry Leute, ich, äh, bin leicht, ähm, wie sagt man da, ähm, eingeschüchtert. Jetzt lese ich hier erstmal durch. Äh, vor. Ich lese hier durch und sag durch. Egal. Du, Sunset Valley, äh, weht ein übernatürlicher Wind, äh, der einen mysteriösen Wetterstein entstehen lässt. Sammle übernatürliche Wesen um den großen Wettergartenzwerg, um besondere, äh, klimatische Infekte hervorzurufen. Hä? Also jetzt muss ich ja doch mal wissen, was dieser Wetterstein-Rind ist. Also übernatürliche Wesen, okay, da liegen ein paar Steinchen rum. Ist ja recht schön und gut, aber bei Supernatural war das jetzt nicht dabei. Das war wenn, dann eher, äh, bei, wisst ihr schon, bei Spieljahreszeiten, oder? Wenn es da heißt, ähm, Klima... Ich bin dran vorbei. Klimatische Effekte. Betrachten. Betrachten. Steht der einfach so auf... Wo steht denn der? Auf welchem Grundstück? Was ist denn das hier? Huch! Zurück. Wasserbombenschlacht? Was ist das denn hier für ein Gebäude? Ähm... Ist das vielleicht das Museum? Keine Ahnung, aber dass hier so ein Wetterstein steht? Hm. Wort des Wettersteins anzeigen. Hätte ich ja auch gleich darauf klicken können. Naja. Okay, das ist also der Wetterstein. Das merkt man schon mal vor. Äh, dein umfangreiches Wissen... Ach ja, genau, weil wir im Anfangsding noch ein bisschen geklickt haben. In der Spielwelt ist ein geheimnisvolles Portal erschienen. Welche Auswirkungen mag das auf die Welt haben? Ja, ich habe ein bisschen Angst, da durchzutreten. Mond hat eine Einladung auf Part... Ja, ich mag jetzt keine Partys. Ich mag jetzt erstmal die Welt erkunden. Und zwar... Ähm... War es hier jetzt so, da ist noch Essen. Essen, Essen. Dieses Essen tun wir mal hier rein. Äh, dann kann die Mondblume mal kurz duschen. Und dann machen wir uns auf den Weg, die Stadt zu erkunden, die neue. Ich bin echt schon gespannt. Okay, den Garten können wir noch schnell pflegen. Oh, sonst verdirbt uns das Zeug da dran. Das wäre ein bisschen ungeil. Ach ja, jetzt müssen wir ja auch einen Zaun um unser Zeug da rumbauen. Weil, äh, wenn wir da keinen Zaun drumrum haben, dann kommen wilde Pferde oder sonstige wilde Kreaturen. Und dann ist das gleich einmal so, dass unser Zeug weg ist. Ja. Hier ist unser Smartphone. Er ist im Anruf und Dienste. Party veranstalten. Party aus. Uiuiui. Er ist wach. Bisschen Luki-Luki machen hier. Der sieht voll alt aus. Der Körper sieht voll alt aus. Und was für eine Unterhose hat der da an? Mit Sternchen. Na super. Na gut. Ähm, ich wollte noch weiter gucken. Mab! Was? Hilfe! Nein! Nix reisen! Spinnst du? Ich wollte eigentlich auf soziale Netzwerke mal klicken. Im Internet surfen. Video steamen. Nachrichten. Freundliche, per Textnachricht Schluss machen. Nee, auf gar keinen Fall. Textnachricht schicken, um heimliche Bewunderung auszudrücken. Bildnachricht schicken. Beleidigungs. Ist eigentlich geil, oder? Im Internet surfen. Ach so. Da kann man nur im Internet surfen. Ist ziemlich schon cool. Telefoneinstellungen an Universität einschreiben. Wäre eigentlich auch eine coole Idee. Aber dann, wir haben ja jetzt gerade erst uns hier zum Typen geangelt. Das ist dann blöd, wenn wir dann auf Nose-Universität gehen. Das können wir ja dann vielleicht mal mit unseren Kindern machen. Kameraeinstellungen. Ja, cool eigentlich. Okay, haben wir schon mal das Handy begutachtet? Sobald sie hier abgeerntet hat, was will sie denn da machen? Straßenkunst lernen. Gibt's neue Fähigkeiten, oder wie? Fähigkeit Straßenkunst lernen? Wie geht denn das? Nein, nicht automatisch. Interessant auf jeden Fall. Ich wollte jetzt mal mit ihm hier so... äh... romantisch... küssen. Kann man den eigentlich nicht bitten, bei uns einzuziehen? Äh, ein bisschen kennenlernen... äh... was? Was? Warum kommt hier so Musik? Hä? Was? Äh... 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 Ähm... Äh... Äh... Überforderung! Erhalten... Ich bekomme jetzt sozusagen... G-G-G-Geschenk? Oder was ist das? Und der Typ... Boah, der irritiert mich voll. Äh... Was ist das denn... Was ist das denn? Boah! Ich... Ich kann euch nur sagen, wie verwirrt ich gerade bin. Also... Was anderes kann ich euch im Moment nicht sagen. Ich hätte mir vielleicht die ganzen Erweiterungspacks mal genauer durchlesen sollen. Hallo, hier kommt das fröhliche Universitätsmaskottchen, um ein bisschen, äh, Schulgeist zu verbreiten. Außerdem habe ich hier das Universitätswillkommens-Set im nützlichen... mit nützlichen Informationen und netten G-F-A-W-A-W-F-Dich. Äh... Ah... Okay, gut, danke. Sehr nett von dir, glaube ich. Und der ist mit dem Auto hier gekommen, oder wie? Also ich glaube, das Universitätsleben, das, äh, zahlt sich aus. Eine Friedhof bei Vollmond besuchen, ja, können wir mal machen. Ja, aber... Ich weiß jetzt gar nicht so recht, was ich eigentlich sagen soll. Ich verkaufe mal hier kurz ein paar Sachen und schaue mal denen nicht beim Knutschen zu. So, rumgeknutscht. Jetzt können wir ein Geschenk annehmen. Wie lang würde der denn da eigentlich rumstehen, wenn wir da nichts machen? Würde mich schon interessieren, aber... Jetzt nehmen wir es mal an, wahrscheinlich haut er dann ab. Ist ja meistens so. Ja, der haut sogar nicht nur ab, der verschwindet sogar einfach nur. Nimmst du es jetzt oder nimmst du es jetzt nicht? Ah. Okay. Skottchen rufen? Ja. Ja, Moment. Was will sie? Verliebt umarmen. Ja, das kann sie mal machen in der Zeit. Moorblume hat ein paar starke neue Sachen. Sie hat einen Universitätsbanner und ein cooles neues T-Shirt bekommen. Ich würde mal sagen, das Ding stellen wir uns mal hier rein. So. Kann ja nicht schaden. Gut. Jetzt haben wir den verliebt umarmt und gehen mal gleich an unser Handy ran. Vielleicht gibt es ja was Neues. Haha, ich bin müde. Was? Ja, die Party. Ich mag nicht auf die Party gehen. Mag ich nicht. Hm. Ich will den immer noch, äh... Hier so, weißt schon. Bitten einzuziehen. Will ich. Ich will den Bitten einzuziehen. Zusammen romantisches Foto aufnehmen. Aha. Was? Schwebende Kuss geben? Ist das so ein Luftkuss oder wie? Was meinen die mit Schwebende Kuss? Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir mal zusammen ein romantisches Foto. Und nach dem romantischen Foto werden wir auf jeden Fall mal uns in der Stadt umsehen. Ja, kannst du jetzt mal hier romantisches Foto und so? Vor allem mit dem T-Shirt. Wie toll. Mit Küssen und so. Haben wir das jetzt im Inventar? Nö, natürlich nicht. Wieso frage ich auch? Okay. Ähm. Ist eh gerade vor. Moment. So. Wir besuchen jetzt... B. Was suchen wir... Was besuchen wir... Was besuchen wir jetzt denn als erstes? Hierhin. In dieses Elixiergeschäft. Ich glaube, das kenne ich sogar. Ja, das kenne ich. Das hat hier hinten so einen tollen Garten. Wo man manchmal sogar was klauen kann. Wie hier ist zum Beispiel Honig. Okay, Honig kann man nicht enden. Ist wohl noch nicht reif. Ich muss gehen. Tschüss. Ja, schade. Aber schön, dass du da warst. Nett von dir, auf jeden Fall. Und da sind wir drinnen. Der unheilverkündete Vollmond beginnt. Seine ungeheimnisvollen Aufstieg in dem Nachthimmel. Ja, toll. Und das hier ist jetzt auf jeden Fall ein Elixierladen. Und da können wir mal sagen, Objekte kaufen. Mal gucken, was der so hat. Einfach mal schauen. Und wir müssen ja nichts kaufen. Ich will einfach nur gucken. Ja. Ah, jetzt was. Okay, das sind... Also die meisten Sachen hier sind halt vor allem für Hexen nützlich. Das weiß ich noch. Ähm, und zwar können ja Hexen Elixiere braun und sowas. Lauter so Zeug. Und dementsprechend können sie halt hier unbekannte Samen und so kaufen. Und die dann, weil sie sich daheim einpflanzen. Oder auch hier so Au-Raunen-Wurzeln oder den Baldrian. Alles, das können sie sich einpflanzen. Das kann natürlich auch ein Normalsterblicher. Also sowas wie wir. Ähm, aber für Hexen ist es halt besonders nützlich. Wir kaufen jetzt hier nix. Ähm, außerdem gibt's hier noch irgendwo eine Steinbrisse, soweit ich das weiß. Ach ja, hier ein Alchemie-Labor. Da war gerade ein unheimliches Bild, was sich, glaube ich, ab und zu verwandelt. Und das ist die Edelsteinschleifmaschine. Genau. Die, da kann man halt sowas wie Diamanten reinschmeißen. Und dann kriegt man halt hier einen Staub raus, soweit ich das richtig in Erinnerung hab. Ja, genau. Oh, da ist ja auch ein schicker junger Mann. Der quält man sogar fast noch besser als der andere. Konor. Hm. Könnt man uns ja überlegen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob man nicht doch den hier irgendwie wollen. Oder doch den anderen. Wie gesagt, schreibt es mal rein. Ich kann ja dann darauf eingehen. Jo. Zwar nicht in den nächsten vier Folgen, weil in den nächsten vier Folgen ist... Nehme ich hier gerade noch auf. Nein, nicht vier, sondern eher zwei. Ja, aber... Huch. Bäh. Blub. Jetzt. Mach doch mal hier drauf. Ja, ne. Den jetzt nicht unbedingt. Der ist zu Bubi-mäßig. Aber der hier sieht doch schon schick aus. Also... Den würde ich auch nicht von der Backkante stoßen. Und der passt ja eigentlich auch ganz gut. Schon zur Mondblume. Also wie gesagt, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn da irgendwas Schönes drinsteht. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Und mal gucken, was ihr euch ausdenkt und wie ihr euch entscheidet. Jojo, bis dahin. Ciao, ciao.